Sieht gut aus. Ähm, warte, hab ich jetzt? Die drei Fotos hab ich. Ah, okay, jetzt hat er tatsächlich die anderen Fotos weggespeichert. Okay. Ähm. Nona. Jetzt einfach nach da hinten hin. Ab in die Ecke. Nur um dann das Marine-Logo zu erhaschen. Jetzt wissen wir ja, wo es ist. Jetzt müssen wir nicht mehr lange rumrätseln und sowas. Hat alles schon seine Vorteile, wenn man weiß, wo man suchen muss. Nö? Und zack. Nochmal kurz durchgehen, ob ich hier alle hab. Eins, zwei, drei, vier. Ja, okay. Dann jetzt nur noch irgendwie zurück. Vorsichtshalber mal die Waffe abwählen, sonst, äh... Schieß ich wieder ins Leere. Einfach nur, weil ich mega awesome bin. Muss ja auch nicht sein. Das Metal Gear Ray ist ein Prototyp, designed to beoperated by an Onboard-Pilot. So. So. Dass die mich auch nicht bemerken. Das ist eigentlich schon ein Unding, aber natürlich... ...muss halt irgendwo das Gameplay gewährleistet werden, ne? Jetzt wäre das echt unmöglich. Ah, löle, PC. Ähm, Action-Button. Du da, Action-Button! Ja, komm, Betriebssysteme und blablab. Ich upload mal Files. Ja. Sorry, ja, mach mir nicht gleich zu sau. 172 x 208 Pixels. Ja, dann go, go, go. Total deutlich. Okay, jetzt haben wir alle Fotos. Snake, die Sprache ist jetzt umgekehrt. Vergiss die Fotos und komm jetzt raus! Na, klasse. Wir, die Marines, werden die Charge in eine neue Weltordnung mit Metal Gear Ray. Das ist alles. Dismiss. Okay. Wir sind immer verletzt. Forever. Slow-Clap? Excellent speech, my friend. Who the? Gift of the silver tongue. They say it's the mark of a good officer. End of a liar. Americans are too in love with the sound of their own voice to speak the truth. Identify yourself. Wo hat er seine Hand wieder her? What do you want? This machine will be quite useful. What do you planning to do? Steel this thing? Steel? No, I'm taking it back. Jack. How do you think about this change? Jack. izzaier. Woat je nachdenen? ở emark. See? Toilet. lot toilet. Oh, ja, ok. Awesome! See? Hey, is there where I am the new way? Gerloukowitsch. Keine Bewegung! Entstanden? Was ist das? Was ist das? Was ist das? This ship now carries enough Simtex on its key structural points to blow it out of the water at the touch of this button. That's right. No one has to die needlessly. We're almost at the target. Get a move on. We're almost at the target. Get a move on. What do you intend to do with rain? Sell it on the streets? I was raised in Snezinsk, formerly known as Chelyabinsk 70, the nuclear research outpost. What are you talking about? After the Cold War ended, my home was bought out by the Americans. Is there a point to this sad story? Now few would understand. Land, friends, dignity, all sold to the highest bidder, the United States of America. Even the technology that gave birth to these weapons is Russian, developed by us. What do you intend to do? Russia will rise again. And rain is the key. I regret to inform you that I have no intention of selling Metal Gear. As I said, I came to take it back. Yes. Returned. To the Patriots. The Lale Lule Lule. How's that possible? Ocelain. You! Have you sold us out? I was never in your employ, Kolokovic. Are you still in league with Solidus? No hard feelings, Colonel. Mother Russia can rot for all I care. Since when, Ocelot? When did you turn? I'm glad you noticed, comrade. I abandoned her during the Cold War. Metal Gear only has room for one! Gelukovic, you and your daughter will die here! Verdammt! ... ... Er ist wirklich verdammt schnell! Lucky Luke ist ne Pussy gegen ihn! Show's over! If you wish to live, I suggest you run now. This ship is still in the lower New York Harbor. You may yet make it to shore if you swim for your life! Don't let him get away! ... 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 Schizophrenie? ... 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 Das Ding ist unverwundbar. Versucht es gar nicht. Schießt auf die verwundbare Stelle! Sie leuchtet bestimmt. Wir haben ein Problem. Otakon, wir haben ein Problem. Was wird das jetzt? Aquaklache! Ne, falsches Spiel. Aber selber Effekt. Halleluja! Snake! Snake! Ich doch! Fassen wir zusammen. Metal Gear ist ein gigantischer Staubsauger. Oder was ist das? Oder was ist das? Okay. Alter, wie groß ist das Schiff nach unten hin gewesen, wenn es so ein Monstrum beinhalten konnte. Nichts Probleme. Das ist alles zu planen, Herr. Ja. Ja. At the location we discussed. Yes. I have photographic evidence of Snake on the scene. The scypher was most useful. I look forward to tomorrow morning's news flash. I would say the Marine Corps' plans are on indefinitely hold... Yes, of course, Mr. President... Ich habe in meinem Kopf jetzt ein riesiges Fragezeichen. Oder mehrere riesige. Aber wir speichern auf jeden Fall. Wir speichern sowas von. Ruhig hier über das Normale, was ich mal angespielt hatte. Ihr seht das in den 12 Minuten oder sowas habe ich angespielt. Wir überschreiben das. Eine Stunde später. Zwei Stunden haben wir schon gespielt. Ach, herrje. Tausende von Berechnungen waren nötig, um die Atombombe zu bauen und ihre Wirkung zu ermitteln. Computern und Atombombenprodukte des Zweiten Weltkriegs haben sich gemeinsam entwickelt. Informationszeitalter Menschen, Informationen und Technologie, irgendwas anderes und noch irgendeine Zeile. Snake, du erinnerst du das Tänke von zwei Jahren vor? Natürlich. Terroristen, die in einen Tänke von einem Öl-Tänker, voll von Krüten, fast 20 Kilometer aus der Schur, Manhattan. Ihr Klassik-Nightmare. Es hat nicht lange, dass die Regierung einen Öl-Tänz über die ganze Schur. Und dann, diese massive Offshore-Klinik-Fassilie, fahre in die Mitte. Der große Schell. Ich höre, die Schell-Klinik-Fassil ist noch nicht fertig. Es braucht Zeit. Aber in der meantime, die Schell werden ein Landmark, ein Symbol der Umweltverschmutzung. Die Team ist Aufwand, Bravo. Deploy at the Big Shell, as scheduled. Aproximately sechs Stunden vorhin, die Big Shell wurde besiegt durch eine Armegruppe. Haben wir eine Idee? Vorbereitungen der Navy SEAL Special-Anti-Terrorist-Trainingsquad DeadCell. Russische Privat-Armee-Members können auch involviert werden. Es ist ein sehr trainiertes Grupp, und sie haben die Big Shell unter vollständigem Kontrolle. Musik Komm in von der Starkecke, dann legen Sie schnell los. Bekutachten, Fahrzeug um eine Schelle mit einem Schelle da zu ETA. Ihr Job ist von der Vorwärmhurtart, wenn Sie sichass mit der Präsidenten rett. Team Bravo in den Sommerl. Und du hast die Schell-Members gesätzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, da kommt Freude auf! 1-10-10 ist auch eine Erwärmung des ZDF für funk, 2017 Das ist eine Verbesserung des ZDF für funk, 2017 Das bedeutet ein covert body. Das ist eine Verbesserung des ZDF für funk, 2017 Das ist eine Verbesserung des ZDF für funk, 2017 Das ist eine Verbesserung des ZDF für funk, 2017 Das ist nicht möglich Was über SEAL Team 10? Das hat sich auf dem Pferd des ZDF für funk, 2017 Das ist eine Verbesserung des ZDF für funk, 2017 Das hat sich auf der Bühne an Das ist eine Verbesserung des ZDF für funk, 2017 Was ist mit Snake? Bitte, dass niemand dich sieht. Wenn du musst, kontakt mich mit dem Codec. Die Frequenz ist 140.85. Wenn du willst den Codec benutzt, press die Select-Button. Wenn wir dich befinden, kontakt dich. Der Codec wird beep. Wenn du das Geräusch hörst, press die Select-Button. Der Codec wird direkt stimuliert die kleinen Böden von deinem Ere. Niemand, aber du, wird es hören. All right. Ich werde dich kontaktieren, wenn irgendwas verändert. Erst, mach deinen Weg nach der Böden von der Böden. Wie komme ich nach dem nächsten Level? Es gibt einen Elevator in der Farbe von der Umgebung. Use das. Sounds gut. Deine neuen Sneak-Suit benutzt Elektro-Fiber-Technologie, ein Produkt von Fiber-Optics-Rest. Die Texture ist nicht weit entfernt von der Böden, aber das Material schützt gegen eine große Menge von Toxik-Substanzten. Der Codec hat eine große Reihe von Sensor-Sensoren. Es ist erwähnt als Smart-Skin in R&D. Daten über die Dämmung an verschiedene Regionen des Böden, including die Blöden, sind zwischen der Süt und der Nanomachin, um ein System zu erzeugen. Es gibt viel Druck auf meinem Torso. Entschuldigung. Die Sütte verwendet die Värmung an die Major-Internal-Organe, um die Leistung zu erzeugen, um ihre Funktion zu erzeugen. Sie nennen das die Skull-Suit in Foxhound. Skull-Suit? Sieht es ausreichend, irgendwie. Die Hatch mit einem cirkularen Handel wird in die Elevator-Area öffnen. Die Hatch erst. Sieht es ausreichend. Sieht es ausreichend. Sieht es ausreichend an den Haupt-Mission-Objektiven. Ich bin hier echt so ein bisschen überfragt. Aber nun denn. Ich denke, dies und vieles mehr werden wir dann herausfinden in einer der nächsten Folgen. Bis dahin. Viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dahin. Tschüss.